Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einer Diskussion für euch. Eine Diskussion zum Thema Black Metal. Und zwar hat das auch eine kleine Geschichte, das erzähle ich gleich. Zumal aber erstmal das Thema zunächst. So, was ist die erste Black Metal Band Deutschlands? Das passiert nämlich auf folgendermaßen. Das ist schon ewig her, also wirklich sehr, sehr lange her. Da war ich mal in Aachen auf einem Weinfest. Und wegen einem Interview mit One Records und Runes of Beverest. Und irgendwie kam da das Gespräch auf. Ja, was ist eigentlich die erste Black Metal Band Deutschlands? In meiner naiven, muss man sagen, Jugendzeit, habe ich ja fälschlicherweise sowas angenommen hier. Ich musste irgendwas in die Hand nehmen. Also, Nagelfahr. Das sind tatsächlich die Demo-Collection mit Als die Tore sich öffnet und Jagd. Die waren sehr rough. Da sprechen wir dann von, ja, frühen 90ern, beziehungsweise frühe Mitte 90er. Und da dachte ich, oh, das müssten einer der ersten gewesen sein. Das ist schon ewig her, da ich das gedacht habe. Ist natürlich Bullshit. Da gab es Bands, die früher dran waren. Aber die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, wer war denn früh dran? Und da müssen wir natürlich erstmal differenzieren. Black Metal. Wir sind dann natürlich wieder an ein Genre gebunden. Was bedeutet hier Black Metal? Denn ich meine Black Metal so, wie es natürlich inzwischen auch heute rezipiert wird. Also, das, was in meinen Augen aus heutiger Sicht natürlich auch ganz klar Black Metal ist. Denn, wenn wir von den frühen 80ern reden, war einiges Black Metal damals. Also, nachdem Venom den Song gedruppt haben, galt damals sehr schnell sehr vieles als Black Metal. Und es hatte definitiv auch Züge davon. Wir reden da natürlich über sowas wie Sodom, die definitiv extreme Züge hatten, aber für mich ganz klar Fresh Metal sind. Oder auch ganz, ganz frühe Creator, Schrägstich Tormentor, die auch Züge aus dem Genre hatten. Aber halt auch in meinen Augen ganz klar Fresh sind. Und es wurde auch ziemlich wahllos damals damit rumgeworfen. Auch die erste Running Wild wurde so ein bisschen zur ersten Welle mitgezählt und so weiter und so fort. Darüber reden wir aber nicht. Das meine ich nicht mit erster Black Metal Band. Weil die wurde einfach diesen, ne, ich meine wirklich aus der Sicht von heute, was ist die erste Band, die wirklich diesen heutigen Black Metal gemacht hat, nur aus Deutschland kommt. Und, ähm, ja, ich hab so ein bisschen, erst mal auch so ein bisschen meine klassischen deutschen Bands durchgeguckt. Und, äh, klar, wir haben sowas wie Nagelfahrer, die in den frühen 90ern dabei waren. Du hast auch eine Band wie Luna Aurora, die auch schon, glaube ich, 94 sich gegründet haben. Ähm, du hast, äh, ja, es gibt immer noch diese witzige Geschichte mit Nagaroth, ähm, ja, die aber eigentlich erst 98 losgelegt haben, aber, äh, ja, eigentlich schon 93 und so, ne, kleine Side Note, ähm, wir haben auch schon so Bands wie Dark Fortress, die mit 94 auch am Start sind. Also wir haben schon eine Bandmenge und Hülle und Fülle, die schon früh dabei waren. Ähm, was jedoch die ersten Black Metal Bands Deutschlands sein könnten, ähm, hab ich dann auf drei Bands runterbrechen können in meiner Recherche. Zwei davon kenne ich recht gut, eine eher wenig. Ähm, und zwar ein Punkt ist tatsächlich, äh, Falkenbach. Falkenbach, hier aus Düsseldorf, haben ganz am Anfang Black Metal gemacht. Immer mit diesem heidnischen Viking-Anteil, den hatten sie immer, aber, ähm, wenn man sich jetzt auch zum Beispiel in Norwegen reinzieht, mit Enslaved, haben die ja letztlich eine Art Pendant, ähm, am Start. Und, ähm, die haben schon Ende der 80er losgelegt, gegründet, 89, wenn ich mich recht entsinne. Keine Ahnung, ja, wie das am Anfang bei den Klangen, aber letztlich galten die am Anfang auch als Black Metal. Das könnte eine Antwort tatsächlich sein. Eine weitere Antwort, ähm, ist die Band Desaster. Da haben wir natürlich ein ähnliches Phänomen wie bei Sodom, bei Creator, ähm, weil ich sagte, die sind dem Thresh Metal sehr, sehr zugewandt. Aber, wenn man sich das erste Album von Desaster anhört, das ist schon auch erstaunlich klassisch roh Black Metal. Das könnte eine Antwort sein, denn, das, äh, die haben sich auch schon 88 gegründet, die gibt's ja schon 100.000 Millionen Jahre, ähm, die könnten tatsächlich eine Antwort sein, ähm, auch. Und die letzte, ähm, Intuition, die ich hatte, ähm, das ist eine Band, die ich dann wirklich weniger kenne, ist Eminenz. Eminenz, die es auch heute noch gibt, haben sich scheinbar auch schon 89 gegründet und, äh, gehören für mich dann auch ganz klar zum klassischen Black Metal. Die Frage ist natürlich trotzdem, ich kenne nicht alle Bands. Bestimmt gab's irgendwen, der Ende der 80er schon sehr früh gemacht haben. Wenn wir natürlich in anderen, gerade in europäischen Ländern gucken, ähm, wer da die Anfänge sind, klar, in Norwegen, das ist die Geschichte, die geschrieben wurde. Also die erste richtige ist wahrscheinlich irgendwie Mayhem, dann hast du irgendwo noch Tormentor sitzen, ähm, ähm, im Osten von Europa. Du hast im Süden dann Samael natürlich, auch eine Band wie Summoning war ganz, ganz früh am Start. Ähm, so, und so hast du natürlich überall weitestgehend auch deine, ein bisschen deine Aushängeschildanfänge, ähm, muss man ganz klar sagen, gerade sowas wie auch Samael, die aber auch einfach früh dabei waren. Aber, ähm, wir sind natürlich jetzt hier in Deutschland und mir geht's hier um Deutschland. So, und da geht's dann wirklich, ne, wer ist die erste Black Metal Band? Also bei meinen Recherchen würde ich wahrscheinlich auf Eminenz tippen, ähm, weil Desaster hat noch immer diesen Thresh-Anteil, dann könnte man über Sodom reden. So, deswegen, hä? Dann Falkenbach, die natürlich aber auch so ein bisschen aus dem anderen Spektrum kamen und ja auch ihre Veröffentlichung erst deutlich später terminiert haben, ähm, da könnten tatsächlich Eminenz, die ja tatsächlich dann auch noch zur, äh, ostdeutschen, äh, Metal-Szene gehörig sind, ähm, die Antwort sein. Das, die Sache ist natürlich nur, wir reden hier immer über Genre und wo fängt das Genre an? Das ist ja nicht so, ne, klar gekattet, sondern es ist schon, ähm, ja, es ist schon, ähm, sehr, sehr verwässert, ne, muss man ganz klar sagen. Ähm, und irgendwie gehört ja auch diese Attitüde dazu, ne, also auch dieses Schwarz-Weiße und, und, und. Ne, das, was dann am Anfang gerade auch Black Metal ausgemacht hat und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Eminenz da tatsächlich die Vorreiter waren, ähm, aber ich kenne natürlich nicht alle Bands. Da seid ihr dann jetzt natürlich auch ein bisschen gefragt. Wer könnte nach eurer Meinung nach die, ähm, erste, ja, deutsche Black Metal Band gewesen sein? Und zwar dann wirklich, ich meine wirklich jetzt auch, Astreiner Black Metal, ne? Deswegen ist es so ein bisschen die Frage bei Falkenbach, bei, ähm, bei Desaster. Klar, Desaster hat am Anfang schon sehr bläckige Züge, mehr als, äh, ja, später auf jeden Fall. Ähm, aber die Antwort liegt natürlich nicht in den 90ern. Die liegt nicht bei den, ja, dann wirklich, ähm, wie ich finde, auch Aushängeschilder des deutschen Black Metals, Nagelfahr, Luna, Aurora, sowas, ähm, oder auch Dark Fortress, die ja nun mal auch sehr erfolgreich und groß waren, ähm, die halt alle ihre, ja, in den 90ern ihre, ähm, ja, ihre Schaffensphase, Hauptschaffensphase hatten. Ich gehe mal fest davon aus, dass die Antwort auf diese Frage in den 80ern liegt. Nur, wie gesagt, ich kenne nicht alle Bands, aber wir haben jetzt ja den Vorteil, dass wir eine große Community haben und da diverse, ähm, ja, diverse Einflüsse halt haben. Kommt mir jetzt nicht alle mit zurück. Kommt mir jetzt nicht alle mit zurück. Die hatten definitiv Einflüsse davon, beziehungsweise haben auch die Szene beeinflusst. Da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Aber wir können ja nun wirklich nicht hingehen und sagen, mit dem heutigen Stand der Genrewissens, dass Sodom Black Metal sind und auch selbe Creator und schon gar nicht Running Wild. Ähm, deswegen, das, da will ich euch von vornherein den Zahlen so ein bisschen ziehen. Aber natürlich, wen gibt es da noch? Wer hat schon, ja, letztlich Ende der 80er erfolgreich Black Metal praktiziert? Vielleicht sogar mit Bemalung. Letztlich eine Art parallele Entwicklung zu, äh, zu Mayhem in Norwegen. Ähm, ja, vielleicht sind sie auch Falkenbach, weiß der Henker. Ähm, ja, Nagelfahrt werden es wohl nicht sein. Aber es ist halt so ein bisschen die Frage. Und das, da bin ich dann auch so, ne? Wie gesagt, lange, lange dachte ich, so Nagelfahrt, Leona Aurora wären die Ersten. Das war aber in der Zeit, bevor das Internet, ähm, ja, sein Wissen präsentiert hat. Und, ähm, jetzt kann man natürlich recherchieren, auch wenn es jetzt hier eine Antwort geht. Ich kann schließlich nicht bei Insignal mit Hallum jede Black Metal Band aus Deutschland durchgehen und gucken, wer hat das erste Album veröffentlicht. Was war das erste Black Metal Album, ist dann die Folgefrage. Ähm, das erste deutsche Black Metal Album. Weil das ist dann tatsächlich auch, ja, wenn man angefangen hat, die Band zu gründen, zu musizieren und wann die erste Veröffentlichung ist, da stecken ja häufig doch ein paar, paar Jahre zwischen, ähm, wie man das zum Beispiel bei Falkenbach auch sieht. Aber das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Wer ist die erste Black Metal Band Deutschlands? Mein Shot ist jetzt tatsächlich Eminenz. Das würde ich sagen, schon Ende der 80er unterwegs gewesen. Aber ich glaube, da wird es natürlich noch irgendeinen Player geben, den ich jetzt nicht auf dem Kranz habe. Und da seid ihr jetzt natürlich gefragt, mit eurem Wissen und mit eurer Kenntnis. Ähm, nur wichtig, wichtig ist mir natürlich, klar, Black Metal, so wie wir den heute verstehen, ne? Also jetzt nicht irgendwie angebleckte Musik oder Proto-Black Metal oder so, ne? Wie gesagt, wir haben ja im Süden dann Samael, Hellhammer und dann auch Summoning und, ähm, da ist es dies, da ist es das und Tormentor und, äh, ne, die Liste bis Bessery gemacht haben und so. Egal, ne? Also gibt's alles Mögliche drumherum. Mir geht's jetzt um Deutschland, aber mir geht's jetzt nicht um Proto-Black Metal. Mir geht's jetzt nicht um die Bands, die, ja, das ist nicht wie Hellhammer, also First Wave halt klassisch sind oder auch Sodom oder, ähm, oder King Diamond oder beziehungsweise Massive of Fate natürlich. Ähm, ne, mir geht's wirklich um die, wo man wirklich sagt, ne, ne, die haben ja nicht beeinflusst oder mitgegründet, sondern die haben's praktiziert. Das sind die Bands, für die ich mich jetzt interessiere. Und welche war da eurer Meinung nach die erste? Gibt es da die eine richtige Antwort, wage ich zu bezweifeln. Aber ich bin natürlich trotzdem gespannt, was von euch da kommt. Welche Bands fallen euch da ein? Welche Bands könnten Ende der 80er schon wirklich Astra und Black Metal gemacht haben? Und, äh, ja, vielleicht haben wir ja, wir haben ja auch ein paar ältere Kandidaten hier auf dem Kanal, die einem folgen. Wahrscheinlich eher sogar im Berndanteil. Aber vielleicht gibt's ja ein paar Leute, die dabei waren. Äh, das wird mich natürlich umso lustiger freuen. Dann hoffe ich auf jeden Fall auf sehr ausführliche Kommentare. Aber mein Shot ist jetzt Eminenz aus dem Osten. Ähm, die sind definitiv da, ja, zugehörig. Und das würde wirklich passen. Waren früh, früh, früh dabei. Aber, äh, ja, wen habt ihr? Wer fällt euch da ein? Wer hat als erstes in Deutschland Black Metal praktiziert? Und was könnte auch das erste Album sein? Das seid ihr jetzt gefragt. Ähm, so Mein Shot habt ihr, ne? Wie gesagt, ähm, die große deutsche Black Metal Phase kam dann ja erst in den 90ern, als es dann natürlich auch peu a peu und peu a peu rüberschwappte. Ähm, ne, dann mit den, mit den ganzen großen Bands, auch aus Norwegen zum Beispiel, ne? Wir sprechen von Darkstron und, und, und. Ähm, aber wer war da in Deutschland da, der Vorreiter, ne? Das ist jetzt die Frage. Ja, diskutiert das mal mit mir fleißig aus. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Vielleicht lerne ich da auch noch was kennen. Vielleicht gibt es irgendeine Underground Band, die irgendwie sich 86 schon überlegt hat, wie ist das richtig extrem und dann bin ich 89 wieder aufgelöst. Diese Fälle gibt es ja immer wieder, aber das muss man erstmal recherchieren und wissen, wenn man nicht dabei war, ist das immer gar nicht so einfach, weil ich gehe mal davon aus, dass es eine Band ist, die nicht da oben auf dem Black Metal Olymp steht. Und, ähm, ja, wie gesagt, Nagelfahrer sind es nicht. Natürlich, wenn die auch für mich zu den ganz, ganz Großen der Szene, ähm, gehören in Deutschland. Aber lasst eure Kommentare mal da, wer es sein könnte, wer es eurer Meinung nach ist. Vielleicht habt ihr auch eine Geschichte oder eine Erfahrung aus der damaligen Zeit für mich. Das würde mich dann sehr interessieren. Tipp fleißig ein, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten Like, Dislike, aber nicht den Kanal, falls ihr noch nicht habt. Und dann bin ich sehr gespannt, was da von euch kommt. Was ist die erste Black Metal Band Deutschlands? In meinen Augen ist es auf jeden Fall nicht Sodom. So viel als letztes Wort. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.